Musik Und wer es nicht kennt, hier ist der Grenzweg, der geht hinterm Hahneberg lang. Dazu muss man eine kleine Tor aufmachen. Das werde ich jetzt mal machen. Das ist die Tür, hier. Ja. Vor uns, vor Haneberg, rechts davon ziehen. Mal gucken. Mal gucken. So. Den Holberweg verkneife ich mir. Ich fahr mal hier lang. Oh. Ach, hey. Oh. Wow. Okay. Vielen Dank.